Hallo, mein Name ist Björn Fehrens, ich bin Technical Consultant bei der Contellers GmbH und heute zeige ich euch die Neuerungen von VOLT Professional 2024. Als erste Neuerung möchte ich euch den Copy Folder im VOLT Professional 2024 zeigen. In diesem Fall habt ihr jetzt die Möglichkeit, einzelne Ordner mit der einzelnen Unterstruktur oder auch den Sicherheitseinstellungen zu kopieren. Oben im Bereich gibt man zum Beispiel den neuen Namen an von dem Folder. Im Bereich Copy To hat man die Möglichkeit, den neuen Zielort anzugeben und durch Copy wird das Ganze ausgeführt. Zusätzlich dazu hat man noch die Möglichkeit, auch Eigenschaften von den Ordnern zu kopieren. Das habe ich auch hier nochmal vorbereitet, dass man hier die Properties kopieren kann und in dem Fall hier nochmal einen neuen Namen und hat dann auch die Properties der einzelnen Ordner mit übertragen. In der Version 2024 habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, DXF-Dateien und Step-Dateien über den VOLT direkt erzeugen zu lassen. Hier muss der Administrator über die VOLT-Settings die entsprechenden Optionen setzen und ihr habt dann zusätzlich die Möglichkeit, die DXF-Dateien oder die Step-Dateien auch manuell zu erzeugen. Dateispezifische Optionen könnt ihr über Options einstellen, sowohl bei der DXF-Datei als auch bei der Step-Datei. Über die Definition jeweils auf die Datei habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, die File-Location auszuwählen, ob das Ganze im VOLT in einem besonderen Ordner oder ob das Ganze auf eurem PC abgespeichert werden soll. Mit der Version 2024 erhaltet ihr noch die Möglichkeit, die Central Files, wie wir sie bezeichnen, also die Templates und das Design-Data-Verzeichnis, über den VOLT zu mappen. Dafür geht ihr in die Projektdatei, die muss ausgecheckt sein, und definiert diese über die Ordner-Mappings innerhalb der Projektdatei. Anschließend führt ein Download-Prozess dazu, dass die Daten aus dem VOLT abgerufen werden, sowohl die Templates als auch das Design-Data-Verzeichnis. Sobald ihr ein Logout macht und das Ganze dann wieder ein Login, also eine Anmeldung an dem VOLT macht, geschieht das Ganze nochmal. Bedeutet, in diesem Fall werden die Central Files auf eurem Rechner immer aktuell gehalten. Je nach Größe von dem Design-Data-Verzeichnis kann das ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Zu guter Letzt möchte ich euch noch etwas Administratives zeigen. Autodesk hat im Bereich Backup-Restore auf dem VOLT-Server nun die Möglichkeit geschaffen, nicht nur ein Voll-Backup zu ziehen, sondern in dem Fall die Datenbank separat zu sichern, sodass wir den Files-Store beispielsweise mit Robocopy verschieben können. Des Weiteren hat man die Möglichkeit, die VOLT-Libraries auszuwählen, die in einem Backup vorhanden sein sollen. Beim ReStore ist das Gleiche natürlich ein umgeräte Reihenfolge, aber man hat die Möglichkeit, hier nur die Datenbank zurückzusichern und den Files-Store auszuwählen, da wo er letztendlich liegt. Das waren die Neuerungen von VOLT Professional 2024. Vergesst bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis bald! Vielen Dank! Vielen Dank.